Hallo Otto, hallo Sebo, hallo Community, ich möchte mich für Desert Warrior bewerben. Mich kennt man unter dem Namen Natururin, ich bin 31 Jahre alt, ich mache aktiv Content in der Outdoor-Nische und ich verspreche euch, dass ich einen sehr hohen Unterhaltungsfaktor mitbringe. Ich habe bereits ein 5 Minuten Bewerbungsvideo auf meinen Hauptkanal hochgeladen, der Link dazu ist unten in der Beschreibung und im Abspann. Aber ich habe das Problem, dass mein Video aus unerklärlichen Gründen unter dem Hashtag Desert Warrior überhaupt gar nicht auffindbar ist. Obwohl ich den Hashtag richtig im Titel und in der Beschreibung reingepackt habe. Ich hatte auch mit dem YouTube Support Team geschrieben, aber die konnten mir leider auch nicht weiterhelfen. Und es ist sehr fragwürdig, warum mein Video unter dem Hashtag von YouTube unterdrückt wird. Und weil ich es sehr, sehr schade finden würde, wenn eine mögliche Chance einer Wildcard-Teilnahme verfallen würde, nur weil YouTube mein Video unterdrückt und der gar nicht auffindbar ist unter dem Hashtag, mache ich dieses kurze Infovideo, den ich jetzt auf meinen Zweitkanal hochladen werde, um euch auf meine originale Bewerbungsvideo zu verweisen. Und von daher Otto, Sebo und an alle weiteren Interessierten, falls dieses kurze Infovideo unter dem Hashtag Desert Warrior auftauchen sollte, schaut euch unbedingt hier mein original Bewerbungsvideo an. Ich habe unter diesem Video ein paar starke Szenen eingeblendet, die ich für meinen Kanal festgehalten habe. Und ich freue mich so richtig auf die Wüste.